Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode von Cut. Heute ist, boah, jetzt bin ich datumsmäßig komplett durcheinander, weil es mitten unter der Woche ist. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni 2019. Neben mir sitzt immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin am Akku. Hallo. Ja, wir nehmen heute zu einer so ungewohnten Tageszeit und zu so einem ungewohnten Wochentag auf, weil wir A, Urlaub haben und B, Jubiläum. Yes. Das heißt, es ist kaum zu glauben, aber war, uns gibt es tatsächlich schon zwei Jahre. Das ist schon krass. Und zwei Jahre, 41 Episoden ist schon, also 40 haben wir bislang hinter uns gebracht, ist schon eine stattliche Leistung. Ja. Muss man mal so. Muss man so meinen Raum stellen. Muss man mal so anerkennen. Ich glaube, beim letzten Jubiläum haben wir auch nochmal nachgeguckt, wie viel, was wir denn bislang so produziert haben. Also, das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber ich bin ja schnell. Bist du schnell. Deswegen gucke ich das jetzt schnell nach, wie viele Episoden wir insgesamt produziert haben. Das müssen wir mal gucken. Und zwar haben wir, wenn man unserer Statistik Glauben schenken darf, insgesamt 5329 Downloads. Wow, das ist schon super. Produziert. Unsere bislang erfolgreichste Episode war Avengers Endgame. Guck. 375 Downloads, immerhin. Das ist echt super. Wie dem auch sei, ich war nicht vorbereitet. Das muss jetzt reichen. Wir haben auch was anderes vorbereitet. Genau. Statt eines Rückblicks auf 40 Episoden und zwei Jahre, die wir hätten so machen können oder ein Best-of oder ein Serien-Eintopf haben wir uns diesmal entschlossen, etwas sehr Persönliches zu machen. Das ist ja ein Team. Genau. Nein, ich glaube, ich meine, die oder diejenigen unter euch, die uns schon länger hören, haben, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, welche Filme uns gefallen und welche halt nicht. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschlossen heute, naja, so eine Art Top-Liste ist es eigentlich nicht, sondern wir haben uns da ein bisschen drumherum gemogelt, weil es, glaube ich, jedem von uns absolut unmöglich wäre, eine Rangliste zu erstellen mit einem Lieblingsfilm an der Spitze. Das würde ich zumindest, würde ich nicht hinkriegen, haben wir uns einfach überlegt, zehn Filme, dass sich jeder von uns zehn Filme ausdenkt, die wir mit auf eine einsame Insel nehmen würden. Passend zum Wetter. Passend zum Wetter. Vorausgesetzt natürlich, man hat auf dieser einsamen Insel einen Blu-ray-Player oder Streaming. Naja, wobei, also, ich muss gleich vorweg sagen, weil du hast ja immer gemeint, ich soll dann aufschreiben, wo die gestreamt werden können. Und ich glaube, es gibt nur zwei Filme von meinen zehn Stück, die man tatsächlich streamen kann. Und alle anderen musst du entweder leihen oder kaufen. Deswegen hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil ich dann einfach in mein Regal greifen muss. Und ich hoffe, dass ich mit dem passenden Blu-ray-Player oder mit dem passenden Abspielgerät dann noch abstürze, weil dann bin ich nämlich safe. Dann kann ich die zehn Stück nämlich schauen. Das stimmt. Ja, also meine zehn Stück kann man definitiv auch auf Blu-ray oder anderweitig auf einem digitalen Medium eurer Wahl erwerben. Allerdings Streaming-mäßig ist, glaube ich, bei mir so 50-50 gefühlt. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich, vielleicht ein kurzer Hinweis noch vorweg. Also diese Listen, die wir erstellt haben, und ich glaube, ich spreche da auch für dich. Wir haben die jetzt erstmal unabhängig voneinander erstellt. Ich glaube, es kann und wird Überschneidungen geben. Ja. Ich denke, das darf man dann auch sofort enthüllen, wenn der ein oder andere Film auch auf der anderen Liste ist. Es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt nicht, dass alle anderen Filme scheiße sind. Wir werden auch jede Menge Filme, es gibt auch jede Menge Filme, die wir auch mit auf eine Insel nehmen würden, aber für die halt jetzt im Koffer kein Platz mehr war, weil wir nur zehn einpacken durften. Und würden wir noch länger darüber nachdenken, hätten wir einfach den Flieger verpasst. Genau. Du hast es sehr schön gesagt. Also wir hätten da jetzt tagelang drüber nachdenken können und wir hätten, dann wäre der ein oder andere Film sicher wieder von der Liste geflogen. Das war jetzt eine Liste, zumindest für mich, die ich relativ aus dem Bauch heraus spontan entscheiden konnte. Und dem Ganzen kam etwas zugute, dass ich ja heute auch unser Blu-ray-Regal entstaubt habe und jeden Film nochmal in die Hand nehmen durfte, sodass ich dann noch die ein oder andere Inspiration gefunden habe. Aber wie gesagt, ist nicht vollständig, überhaupt nicht vollständig. Also ich glaube, wir könnten da locker das Doppelte und das Dreifache mitnehmen. Ja, absolut. Aber es sind nur zehn und bevor ich noch lange rumlabere. Wieso? Weil es kann ja sein, dadurch, wenn wir zu viele Überschneidungen haben, sind wir fünf Minuten fertig. Das glaube ich jetzt nicht. Glaubst du nicht? Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Okay. Dann darfst du auch so viel labern, wie du möchtest. Genau. Also es ist auch so, dass die Reihenfolge, denke ich, also zumindest bei mir, ist jetzt nicht wertend. Nein, überhaupt nicht. Also es gibt keinen Platz zehn, es gibt keinen Platz eins. Es sind einfach zehn Filme. Ich habe mir nur eins ausgedacht, aber das kannst du machen, wie du willst. Ich werde meine Filme nach Alter sortieren. Also den ältesten Film zuerst nehmen. Okay. Ja, so habe ich fast auch angefangen. Also wobei fast. Ja, dann darfst du anfangen. Okay. Wow. Und zwar für mich war, also nochmal ganz kurz, weil wir haben ja überlegt, was können wir jetzt in diese Episode reinpacken? Zwei Jahre und dann aus diesen Filmen, die uns begleitet haben im Leben und Filme, die uns vielleicht auch inspiriert haben, ist dann diese Inselgeschichte draus geworden. Und für mich sind auf jeden Fall auch Filme mit dabei, die zu meinem Leben einfach gehören. Und da gibt es einen, der muss immer dabei sein. Der ist Teil meines Lebens, weil ich den auch als Kind schon sehr oft gesehen habe oder als heranwachsender Mensch. Und für mich steht als erstes auf der Liste Star Wars. Eine neue Hoffnung. Und Erscheinungsjahr ist 1977. Also das heißt, der Film ist, also ich bin zwei Jahre älter als der Film. Nur ein Jahr. Nur ein Jahr. Und der Regisseur ist George Lucas. Und Darsteller Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Die drei Haupt, man kennt sie alle als drei Hauptcharaktere. Und dann noch den Elle Guinness und Peter Cushing habe ich noch aufgeschrieben. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere, aber das sind halt so die drei wichtigsten. Also ich denke auch, wenn man als Repräsentant modernen Films ist, Star Wars kommt eigentlich nicht dran vorbei. Hast du den auch auf deiner Liste? Nein, den habe ich nicht auf meiner Liste. Was? Ja, ich wusste, dass du den auf der Liste haben wirst. Habe ich das erwähnt? Nein. Achso. Nein. Kennst du mich schon so gut? Tatsächlich so. Ich habe es aber auch schon mal, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich bin momentan, das liegt aber an dem, naja, das liegt so ein bisschen an Disney, ein bisschen Star Wars müde. Das tut natürlich jetzt dem ersten Teil oder der ersten Trilogie keinen Abbruch. Und du hast vollkommen recht. Also eigentlich, ja, Star Wars, der erste Teil ist stellvertretend für die Trilogie. Ich glaube, ich könnte auch Teil 2 oder mit Teil 3 leben auf der Insel. Nein, also der reicht mir schon. Also die anderen sind natürlich auch gut, aber wenn es einer sein muss, dann der. Nur der. Und der kann auch für sich alleine stehen, finde ich. Also er hätte auch einfach aufhören können. Also ich hätte vielleicht bei... Ich glaube, den haben die auch gemacht. Also so, dass er halt theoretisch, wenn er jetzt nicht erfolgreich gewesen wäre, auch für sich alleine stehen konnte. Und das passt auch für dich. Passt auch, ja. Ja, also die anderen Sachen, das hat man noch in Erinnerung, das kann man sich dazudenken. Und ja, das ist so der erste, wo mir eingefallen ist. Das war der erste, ganz gut. Schon mal gut für unsere Sammlung. Geil. Vielleicht kriegen wir wirklich 20 zusammen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir mindestens eine Überschneidung haben. Na gut. Mindestens. Ja, ein, ich weiß auch. Gut, dann fange ich mal mit dem ältesten Film in meiner Reihe an. Oh, den habe ich jetzt nicht genannt, aber egal. Nicht? War das nicht der älteste? Nein, das war nicht der älteste. Der älteste Film in meiner Reihe ist gar nicht so alt. Das liegt einfach daran, dass ich ein Kind der 90er bin. Okay. Ja. Und für mich ganz klar, also der Film ist von 1989 und für mich ganz klar stellvertretend. Ah, scheiße. Ich weiß welchen. Glaube ich nicht, dass du weißt. Ach so. Stellvertretend für das Lebenswerk eines Regisseurs, der quasi aus den 90ern und auch aus der Jetzt-Zeit gar nicht mehr wegzudenken ist. Noch ein Tipp, es handelt sich um Steven Spielberg. Ein Abenteuerfilm von 1989. Noch ein Tipp, es ist der dritte Teil. Indiana Jones. Es ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ja. Das können wir eigentlich immer so beibehalten, so ein kleines Ratespiel. Okay. Ja, wie gesagt, für mich ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug einfach der Prototyp eines Abenteuerfilms. Also der erste war gut, der zweite war, über den scheiden sich die Geister. Aber es ist generell die Trilogie einfach fantastisch. Aber der dritte Teil toppt einfach alles. Das ist diese Chemie zwischen Harrison Ford und Sean Connery, die ja dieses Vater-Sohn-Gespann spielen, die Geschichte dazu hat. Er hat einfach alles, was für mich so einen wirklich tollen Abenteuerfilm ausmacht. Den Film habe ich unzählige Male gesehen. Ich könnte ihn jederzeit wieder gucken. Er wird mir einfach nicht langweilig. Ich kann Dialogpassagen auswendig. Jetzt fällt mein Film ein, den ich vergessen habe. Aber ich hoffe, dass du den auf der Liste hast. Okay. Es werden Dialogpassagen auswendig sagst. Wie dem auch sei, für mich gehört Indiana Jones und der letzte Kreuzzug mit auf die Insel. Auch die fantastische Musik von John Williams tut natürlich ihr Übriges. Da haben wir ja zweimal John Williams bis jetzt. Ja, schon zweimal, genau. Bin ich mal gespannt. Aber ich habe tatsächlich bei meinen Filmen keinen einzigen Steven Spielberg dabei. Siehste. Ich war auch kurz davor, weil es tatsächlich auch einer meiner absoluten Lieblingsspielbergs ist. Ich glaube, es ist nicht Kanon. Ist Minority Report. Okay. Weil ich Minority Report immer und immer wieder gucken könnte. Ist aber jetzt nicht auf meiner Liste gelandet, weil ja jetzt nicht so diesen Klassiker-Status genießt. Für mich vielleicht, weil ich ihn so gern mag. Tja, dann darfst du mit deinem zweiten Film. Okay. Und zwar auch hier wieder ein Film, der mein Heranwachsen begleitet hat. Welches Jahr? 1982. Und zwar, das ist ein Zeichendreckfilm. Jetzt kann man schon denken. Ja. Hat es irgendwas mit Einhörnern zu tun? Zufälligerweise. Ja, und zwar ist es das letzte Einhorn von 1982. Und Regie hat Jewel Bass und Arthur Rankin Jr. gespielt. Gedreht. Darsteller Jeff Bridges. Also Sprecher. Ja, genau. Also die Sprecher. Angela Lansbury. Der Alan Arkin. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und der Christopher Lee. Und für mich ist es halt, also wenn ich irgendwelche Zitate bringe und du dann ganz entgeisterst mich anguckst, dann ist es meistens auch das letzte Einhorn. Und ja, und für mich ist es halt einfach die Bilder. Also ich meine, ich finde auch, dass er echt gut gealtert ist. Also man kann den, ja doch, finde ich schon. Also von der Tricktechnik her. Ich meine, natürlich gibt es heutzutage weit, weit aus Besseres. Aber ich finde, dass er gut gealtert ist. Und von der Musik her, also die Songs haben ja America geschrieben und gesungen. Und ja, das ist einfach so ein Rundum-Wohlfühl. Es ist so schön, Paket. Und ja, es sind halt jetzt Einhörner. Ja, Entschuldigung, ich bin halt ein Mädchen. Und vielleicht muss deswegen auch irgendwie ein Einhornfilm dabei sein. Und ja, also ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut. Das ist für mich einfach einer meiner Lieblingsfilme. Und der muss mit auf die Insel. Denn, boah, da muss ich mich dann jedes Mal... Naja, nicht jedes Mal. Ihr habt den jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Naja, aber wenn du den jetzt mit auf die Insel nimmst, dann werde ich den ja öfter gucken. Nein, ich tue den Film gerade ein bisschen unrecht. Ich mag ihn, aber ich glaube, das ist einer der Filme, und da gibt es mehrere, die man, wenn man sie, also die man in seiner Jugend oder als Kind gesehen haben muss, um das, also man, das ist ja so, dieser Nostalgie-Bonus einfach, dass man sich mit so einem Film auch so ein bisschen ein Stück Kindheit zurückholt, wenn man das guckt. Das kann man halt nur haben, wenn man den als Kind gesehen hat. Und ich habe den nicht als Kind gesehen. Das heißt, ich habe den als Heranwachsender oder vielleicht sogar als Erwachsener erst gesehen. Und da sieht man das halt deutlich nüchterner. Und deswegen hat er für mich jetzt nicht den Zauber, den er für dich hat. Ich kann aber verstehen, warum du ihn magst. Ja, hat auch einen klassiker Status. Und insofern kann ich verstehen, warum du ihn auf deiner Liste hast. Ich habe eigentlich, hätte ich damit rechnen müssen, dass der, ja, aus welchem Jahr ist der? Der ist von 1982. 1982. Ja. Ja, ich bin, aber es ist immer noch nicht der Älteste, gell? Ach so. Ja, ich habe, ich lese es jetzt einfach so runter. Ach so, einfach so runter. Genau. Nein, also mein zweiter Film, der ist nur ein, was habe ich jetzt geguckt? 1989 war in der Jones, der ist jetzt fünf Jahre jünger sogar. Und zwar aus dem Jahr 1994. Und es ist eine Buchadaption. Okay. Und es ist eine Buchadaption eines Stephen King Buches. Ich wusste, das ist halt, das ist halt wirklich einer deiner Lieblingsfilme. Ja. Und zwar ist es die Verurteilten. Genau. Ja. Und ja, es ist Regieführer Frank Darabont, Kamera Roger Deakins, Musik Thomas Newman. Ja, Thomas Newman. Und Hauptdarsteller Tim Robbins und Morgan Freeman ist ein Gefängnisdrama, was eben auf Basis, also die Buchvorlage lässt, also wenn man den Namen Stephen King hört, dann lässt das ja eigentlich immer so vermuten, dass das irgendwas mit Horror zu tun hat. Aber die Verurteilten ist genau so wie The Green Mile mitnichten ein Horrorfilm, sondern ein fantastisches, großartig gespieltes, wahnsinnig toll gefilmtes, mit unglaublich fantastischer Musik unterlegtes Drama, das ich schon so oft gesehen habe, wo ich nie verstanden habe, wieso die Academy diesen Film so gnadenlos übergangen hat. Ist halt jetzt erst so im Heimkino-Bereich auf VHS damals noch so richtig. Was war denn zur Konkurrenz? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es, dass er halt leer ausgegangen ist. Was ich, was ich sehr schade fand, weil es, weil es wirklich ein fantastischer Film ist. Es ist eigentlich auch ein Oscar-Film. Also für mich, also wäre das schon einer, also hätte ich jetzt schon gesagt. Oder gedacht, dass einer... Ich habe es vergessen, dazu zu sagen, also Indiana Jones kann man auf Amazon Prime gucken umsonst. Wie sieht es mit dem... Ja, also das letzte Einhorn und Star Wars, das kannst du nur... Kann man knicken, ja. Ja, kann man. Also leihen oder kaufen, habe ich dazu gehört. Aufthalten kann man dankenswerterweise auf Prime und Maxton kostenlos gucken. Moment, ja, gehört eigentlich in jede Sammlung eines Cineasten. Ich habe da auch so eine Special Edition, das ist so ein Digibook nannte sich, das gibt es glaube ich heutzutage kaum mehr, wo halt auch so eine Art Buch, wo die Blu-ray drin ist, so ein kleines Büchlein mit Bildern und so. Jetzt nennt sich das Mediabook. Ach, Mediabook, okay. Genau, und da ist dann immer DVD und Blu-ray mit dabei und ja, und es ist halt immer diese Hardcover-Verpackung und ja, das ein oder andere Special ist dann schon auch mit dabei. Es gibt auch immer verschiedene Cover, genau. So nennt sich das heutzutage, Mediabook. Mediabook, ja. Früher hieß es Digibook. Ja. Naja. Ja, für mich, für mich tatsächlich, also wenn es eine Top 5 gäbe, dann wäre da irgendwie drunter, glaube ich, auch wenn ich mich echt schwer tun würde, eine Top 5 zu erstellen. Ich schaffe das nicht. Aber der gehört für mich da rein, ganz klar. Und wie gesagt, den habe ich auch schon so oft gesehen. Ich habe den auf Englisch zu einer, ich habe den auf Englisch, Englisch VHS besessen, in allem möglichen auf DVD und jetzt auf Blu-ray, also ja, keine Frage. Nun gut, dann kommen wir zu deinem dritten Film. Ja, und zwar ist das jetzt wirklich der Älteste aus meiner Liste. Okay. Es ist auch ein Film, der meine Kindheit begleitet hat und mein auch hier wieder heranwachsen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was es für ein Film ist, weil ich meine, da ist, ja, also man sieht jetzt kein Blut, aber es ist schon auch Gewalt. Aus welchem Jahr? 1966. 1966, okay. Einer der Darsteller ist ein, einer meiner Lieblingsdarsteller und jetzt auch Lieblingsregisseure, auch wenn keiner seiner Filme... Da muss es ein Western sein und da muss es einer mit Clint Eastwood sein. Genau, und welcher? Da muss ich jetzt raten. Zwei Glurreicher Lungen? Genau, es gibt ja nur den. Also es ist ja für mich der Western schlechthin. Andere würden jetzt sagen, vielleicht spiel mir das Lied vom Tod. Oder würden jetzt irgendeinen John-Wayne-Western nehmen, aber für mich ist das der Western schlechthin. Und ja, damals, es gehört ja zu dieser Gattung der Spaghetti-Western, weil... Der ist jetzt aber nicht von Sergio Leone, oder? Doch, Sergio Leone. Ach, der ist Leone. Genau, Musik Ennio Morricone. Und es ist halt diese Mischung aus Musik, Bilder, Geschichte und vor allem halt... Und auch hier wieder der Gänsehautfaktor ist auch wieder gegeben. Auch hier wieder einige Dialoge, die ich auswendig kann. Darsteller schon, wie erwähnt, Clint Eastwood, der Ellie Wallach und der Lee Van Cleef. Und auch hier wieder kann man entweder leihen oder kaufen. Aber das ist auch ein Film, den sollte man schon in seiner Sammlung haben. Ich meine, er geht ja auch stolze, ich glaube fast zwei, also über zwei Stunden, drei Stunden. Und ja, und ich meine, ja, also ich bin auch mit solchen Filmen groß geworden. Ich nicht. Ja, meine Eltern hatten da offensichtlich nie so den Hang zu klassischem Kino und Western. Also ich habe mir meine Liebe zu Filmen selbst erarbeitet. Demnach haben mir auch viele Klassiker gefehlt, als auch wir uns kennengelernt haben. Du hast mir da sehr, sehr viele gezeigt. Zwei glorreicher Lumpenzelt dazu, den hatte ich bis wir uns kannten tatsächlich noch nie gesehen. Ja, ich würde dir ja noch ein paar zeigen, aber... Ja, wir haben schon sehr viele Klassiker nachgeholt, auch viele Hitchcocks und so. Aber noch nicht alle. Nein, noch nicht alle. Aber ich wäre jetzt nicht unter meinen Top Ten, aber ich kann damit leben, wenn du ihn mitnimmst. Ich würde ihn jederzeit mitgucken. Ist tatsächlich ein großartiger Western und ja, darf mit. Darf mit? Der darf mit, ja. Sehr gut. Dann kommen wir zu meinem dritten, oder? Dritter ist. Zu meinem dritten Film. Der ist nur ein Jahr jünger, als die Verurteilten. Und die, wenn ihr das jetzt hört oder wenn du das jetzt hörst, du wirst mich hier wahrscheinlich für verrückt erklären, wieso ausgerechnet der Film mit auf die Insel muss. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Okay. Er ist aus dem Jahr 1995. Ist kein Weihnachtfilm, oder? Nein, er stellt... Nein, nein. Er steht für mich, nein, er steht für mich stellvertretend für ein Genre, dem ich eigentlich nicht so zugeneigt bin wie du, weil es eine Rom-Com ist. Okay. Aber es ist für mich die Rom-Com, die ich öfter gesehen habe als jede andere, was damit zu tun haben könnte, dass ich damals sie mich in die Hauptdarstellerin verschossen war. Das war nicht zufällig Sandra Bullock. Doch, es war Sandra Bullock. Ich weiß welcher Film. Und natürlich ist es... Während du schliefst. Ja, natürlich ist es, während du schliefst. Ich habe zuerst noch an Harry und Sally gedacht, den ich auch überlegt habe, auf die Liste zu nehmen, weil er ist halt einfach... Also für mich ist das die Mutter der Rom-Coms. Nee. Also ich... Was? Ich kann der gar nicht sagen. Also Regie führte John Turtle Taub, der im Übrigen diesen Mac gemacht hat. Ja, diesen High Film der neuen. Kamera, ein vielen Papa Michael, Randy Edelman hat die Musik gemacht, Sandra Bullock und Bill Pullman spielen die Hauptrollen. Leider nicht kostenlos zu streamen. Das ist ein Film, den ich tatsächlich mehrfach im Kino gesehen habe. Ich traue mich nicht, was gesagt. Mann, du warst sehr verknallt. Ich hatte den auf VHS und ich hatte auf dieser VHS-Kassette eine Strichliste, wie oft ich den Film gesehen habe. Und der war auf alle Fälle so 15 oder 20 Mal. Krass, krass. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ungeachtet der Hauptdarsteller, also sie ist in der Rolle und sie ist absolut Zucker, aber ich mochte die Figuren, die sind einfach, diese Familie ist einfach super süß, ja. Die Musik war toll. Es war so ein... Naja, es ist eigentlich keine besonders herausragende romantische Komödie, aber ich fand sie einfach toll. Und mich hat die einfach begeistert und deswegen geht die mit auf die Insel. Es tut mir leid. Die passt schon. Nee, damit kann ich leben. Die muss mit. Ja. Sandra Bullock muss mit auf die Insel. Alles gut. Tja, dann, ja, kann man nicht kosten, das gucken. Nein. Aber kaufen. Ja, kaufen soll ich doch einfach. Genau. Dann kommen wir zu deinem Film. Ja, nochmal ein Klassiker. Nochmal ein Klassiker? Mhm. Und zwar, ja, wie soll ich den am besten beschreiben? Das Jahr. 1979. 79. Genau. Okay. Und das ist Science Fiction. Science Fiction. Ja. Und es ist auch, finde ich, immer noch bahnbrechend. Und ich finde, dass er gut gealtert ist. Also du kannst den heutzutage immer noch, auch mit den heutigen Standards kannst du den auf jeden Fall schauen, weil auch hier wieder viel mit, ist, glaube ich, wenig am Computer gemacht worden, was halt damals ging. Und ja, ist halt auch viel mit Miniaturen und Set-Aufbauten. Wir haben sogar mal ein Making-Off-Bauten. Wir haben sogar mal ein Making-Off gesehen. Und es ist ein sehr düsterer Film. Ich überlege gerade, mir fällt gerade nur einer ein. Ich wusste aber nicht, dass der schon so alt ist. Entweder ich liege jetzt vollkommen falsch. Ist der von Ridley Scott? ja, dann ist Blade Runner nein, ist Alien aber Blade Runner hatte ich doch Blade Runner ist 80er, oder? ja, der ist später, aber da habe ich auch noch dran gedacht und jetzt tatsächlich ist Blade Runner einer der Filme wo ich vergessen habe aber mit Alien kann man auch leben, also das ist wieder so ein Vertreter, wie ich sage stellvertretend für die Science Fiction Filme von Ridley Scott natürlich ein Klassiker gemacht hat, aber das ist halt sein Bester und er hat ja leider versucht da die Geschichte ja, muss man fast schon sagen, leider versucht diese Geschichte weiter zu erzählen die mehr oder weniger nicht so gut geglückt ist, also naja auf jeden Fall Darsteller Sigourney Weaver als erste als Ripley und als erste Weltraum Amazone und überhaupt Amazone, wo da noch viele folgen werden und sie ist einfach die Mutter der Amazon also der Film Amazon finde ich, also fantastisch ja dann Tom Skerritt, John Hurt Ian Holm und den Harry Dean Stanton das ist eigentlich so ich glaube zwei habe ich jetzt aus der Crew noch vergessen aufzuschreiben, also nicht vergessen ich habe die halt jetzt einfach nicht aufgeschrieben, aber das sind so die bekannteren ja, ich meine jeder unserer HörerInnen wird Aileen kennen oder die meisten ich gehe mal davon aus also wir haben ja auch im Vorfeld gesagt, wir werden jetzt nicht viel über die Filme erzählen, weil falls jetzt doch der eine oder andere dabei ist, wo der eine oder andere noch nicht gesehen hat es gibt Links ich werde alle verlinken ah ja genau dann könnt ihr das bei ihm nachlesen wir spoilern ja auch nicht nein auf jeden Fall Alien ist für mich ja das ist halt einfach ja in der heutigen Zeit natürlich was man die Erzählweise ist natürlich eine andere also damals hat man Film an und das erzählt heute würde man wenn jetzt ein junger Mensch zum Beispiel Alien sehen würde also der fände den wahrscheinlich langweilig weil er ist halt schon sehr er wird ruhig erzählt er ist sehr gemächlich aber es gibt natürlich auch er ist spannend aber das dauert also bis die Geschichte dann so erzählt wird also eigentlich finde ich ist es ist es ein klassischer Horröffel es ist auch ein Horröffel der halt dieses Sci-Fi Gewand hat also zufälligerweise halt im Weltall spielt aber es sind mehr Horrorfilme als Science Fiction und es ist eigentlich die Mutter aller Horrorfilme also mitunter auch ich finde also der Sci-Fi Horrorfilme weil es gibt ja mittlerweile schon so viele wo du dann immer denkst so ah ja das ist von Alien das ist von Alien also die Grundgeschichte einfach deswegen ja finde ich finde ich ja vollkommen legitim ich bin froh dass du einen dieser Alien Teile drauf hast ich war kurz davor Blade Runner draufzusetzen Spoiler Alarm er kommt nicht mehr auf unserer Liste ja ich hab ihn vergessen Ridley Scott ich hätte eigentlich damit gerechnet dass du ihn drauf ich war jetzt nur verwirrt weil ich wusste dass das Blade Runner in den 80ern war und also Anfang der 80er ja aber Blade Runner war danach war danach aber klar Alien 1979 Ridley Scott ist darf mit auf eine Insel kann man immer wieder gucken haben wir beide mit Sicherheit schon unzählige Male gesehen und es ist lustigerweise das heißt lustigerweise das ist zum Beispiel ein Film also es gibt einfach Filme die hat man schon so oft gesehen und dann jedes Mal ist es so als ob man ihn nochmal neu schaut und man entdeckt immer wieder auch Szenen und man denkt so boah hab ich das letztes Mal gesehen und das kann ich mich gar nicht erinnern aber im positiven Sinne also das wird auch nicht langweilig die Filme dann nochmal zu schauen und da ist das ist eindeutig einer davon finde ich ja es gibt halt auch so Filme die also er ist halt auch extrem gut gealtert wie du schon sagtest dadurch dass die Effekte halt alle sehr handgemacht waren aber ich sag mal so so ein Film wie Star Wars zum Beispiel der den als ich den zum ersten Mal bei der Wiederaufführung im Kino sehen durfte den man das Alter deutlich ansah fand ich finde ich dass man Alien das Alter kaum ansieht dass das so ein zeitloses Setting ist also bei Star Wars sieht man das Alter eher an also die das Budget also das Produktionsbudget sieht man zum Teil und bei Alien halt nicht also das ist fantastisch gemacht das ist ich weiß nicht die bastelten halt auch ihre Sets aus irgendwelchen Schrottteilen zusammen Hauptsache sieht nach Science Fiction aus aber ist so gut gealtert dass es halt immer noch wobei er hat schon also wir haben doch damals das Making-of gesehen und wenn ich das noch richtig weiß hat er ja schon ein paar Mal hat er schon ordentlich das Budget aufgesprengt immer wieder und das ist ja auch länger geworden und dann also er hat schon auch also ja auch eine Science Fiction Welt erschaffen die absolut glaubwürdig ist also die wirkt auch schon so als ob die schon seit Jahrzehnten halt in dem Weltraum sind und es ist halt sehr realistisch auch dargestellt also könnte jederzeit passieren also ja und ich finde es halt wer hätte das gedacht dass da halt so ein Franchise lostritt was viele viele Filme nach sich zieht mit vielen Höhen und Tiefen ja ich persönlich mag ja den Teil 2 zum Beispiel auch wahnsinnig gerne das ist halt wieder eine komplett andere Liga das ist halt ein Actionfilm ja ja das ist halt James Cameron ich mag den für das was er ist nämlich eigentlich das komplette Gegenteil von Teil 1 mag ich ihn mindestens genauso gerne wie den ersten ja mein Lieblingsteil ist ja eigentlich der dritte aber ja also nein Lieblings ist er nicht aber ich finde ihn deutlich besser als sein Ruf ja ich mag ihn je öfter dass ich ihn sehe umso lieber mag ich ihn David Fincher vor allem wenn man die Produktionsgeschichte kennt aber wir wollen jetzt nicht drauf eingehen nein jetzt kommst du wieder dran ja dann kommen wir zu meinem vierten Film wir bleiben im Jahr 1995 und wenn ich dir jetzt verrate dass wir bei David Fincher bleiben dann weißt du eh schon von welchem Film wir her ja reden weil ich hab den nämlich auch auf meiner Liste du hast den auch auf deiner Liste es ist ja Regie führt David Fincher Hauptdarsteller ist Brad Pitt Mark Freeman hab ich auch auf meiner Liste ist sieben ja genau stellvertretend eigentlich für alle Werke von David Fincher David Fincher und deswegen finde ich dass der da drauf gehört also als Regisseur aber auch als Film der wieder mal absolut zeitlos ist ja es ist ich hab eigentlich so noch überlegt wo ich den aufgeschrieben hab weil es geht ja um einen Serienmörder und es ist wahrlich kein leicht verdaulicher Film er hat die FSK 16 und die reizt da halt auch sehr aus also ich glaub wobei die drehen ja jetzt nicht so dass die ich meine sie versuchen natürlich eine gewisse FSK auch hinzubekommen oder eine Altersfreigabe und das ist schon er ist schon harter Tobak der Film weil du siehst Sachen die hast du glaube ich noch nie gesehen und es ist trotzdem einer meiner Lieblingsfilme ja definitiv es ist halt auch wieder mal so das Gesamtwerk einfach stimmt du hast ein geiles Drehbuch du hast fantastische Darsteller die Optik ist der Wahnsinn der Soundtrack ist unglaublich gut David Fincher hat sich da einfach ein Denkmal gesetzt wie ich finde ja absolut und hat sich dafür für Höheres empfohlen und er hat halt auch noch etliche Male abgeliefert danach kam ja glaube ich später dann The Game The Game war vorher The Game war vorher noch okay jedenfalls ja ist David Fincher war und ist immer noch eine Hausnummer wie ich finde und da gehört auf alle Fälle sieben dazu macht er eigentlich mal wieder was ich weiß nicht ich auch nicht ja kann man wenn man ihn gucken will und noch nicht kennt derzeit kostenlos auf Netflix gucken sieben das stimmt ja hab ich auch definitiv eine ganz ganz große ein Meilenstein ja finde ich auch also Kevin Spacey damals in seiner ersten größeren Rolle und glaube ich war so sein ja sein Kickstarter also sein Durchbruch sein Durchbruch also was mich halt bei dem Film immer so auch fasziniert das ist halt dieses dieser Weg wo dieser Film halt einfach geht also erstens mal mit der Zeit wie halt diese sieben immer wieder diese sieben Tage oder oder dann die sieben Morde oder dann halt auch dieses Bild was halt diese Welt damals schon also 1995 schon gegeben wurde und es ist schon ein sehr düsteres Weltbild und ich würde sagen es ist nicht besser geworden es ist ja und deswegen ist dieser Film auch so zeitlos finde ich also weil die Welt wo da halt einfach gezeigt wird und halt auch dieses wie sie ihn dann halt finden also das ist halt unglaublich spannend auch gemacht also auch diese wie sie da in der Bibliothek sind und dann halt auch alle die ganzen Zeichen halt versuchen zu deuten und das ist halt einfach spannend ja es ist wie gesagt erstmal diese Optik wenn es regnet ständig du hast diese diese ja diese morbiden Morde diese diese absolut faszinierenden Schauplätze einfach du siehst halt die Opfer dieses Mordes und bist fasziniert als Zuschauer obwohl es halt absolut grausam ist aber du du kommst ja aus dem Gucken nicht mehr raus wie wie krank ja und das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen halten das muss sich irgendjemand ausdenken ich glaube in Joe Walker ich weiß nicht wie der Autor hieß von ich glaube ist egal der sich der das Drehbuch geschrieben hat das muss sich ja eine reale Person ausdenken ja auch mal in das Hirn eines zu kranken Killers ja ist ja zeitlos definitiv Gwyneth Paltrow spielt noch mit habe ich vergessen toller Film Howard Shaw hat den Soundtrack gemacht den ich nach wie vor genial finde und natürlich Titelsong von Nine Inch Nails Wahnsinn ja ganz ganz große Klasse und David Bowie ist auch dabei David Bowie ist auch dabei das Schlusslied ist David Bowie ein toller Soundtrack ja ja das war 1995 sieben und somit bist du wieder dran ja und zwar also sieben wäre jetzt quasi der übernächste Film bei mir gewesen und jetzt kommt aber davor habe ich noch einen anderen soll ich den abhaken haken ab meinst du ich hake und zwar ja der Film ist aus 1998 1998 okay 1998 und ich habe so eine Schwäche da haben wir vielleicht schon mal darüber erzählt aber und zwar genau das ist ein Kostümfilm oh okay also und es ist der Kostümfilm für mich schlechthin weil da passt halt einfach alles da passen die Darsteller da passt die Musik die Musik ist wunderschön das Setting ist der Wahnsinn die Kostüme sind der Wahnsinn und es ist eine Geschichte über eine Frau die ob das jetzt alles so hundertprozentig stimmt das sei jetzt mal dahingestellt aber es ist schon auch sehr ja inspirierend weil sie ja auch eine Person war die dann letztendlich alles zurückgestellt hat nur für das Amt das sie dann letztendlich ausgefüllt hat und hat dann Liebe und alles hinten angestellt hinten angestellt und hat sich dann nur noch ihrer Rolle als Staatsperson ja dann kann es ja eigentlich nur kann es nur ein Queen sein Elisabeth ja genau also Elisabeth aus dem Jahr 1998 Regie hat Sheikha Kapur gedreht gefilmt geführt geführt Darsteller die fabelhafte Cate Blanchett ja die wirklich fabelhafte Cate Blanchett die haben wir erst neulich wieder gesehen in einem eher mittelmäßigen Film aber die Frau ist einfach immer ja die hat also wirklich den Film dann wieder geadelt kann man fast schon sagen von dem nein den Film erwähnen wir jetzt nicht aber das Cate Blanchett kann ich immer die kann immer die kann immer und Christopher Eccleston spielt noch mit Joseph Fiennes und Emily Mortimer ja also ist auch hier wieder ein riesen Cast und ja also auch hier das ist einer meiner Lieblingsfilme es ist halt einfach so den kann ich immer wieder sehen die Musik ist ist wunderschön auch das eines der Hauptthemas von dem Score den habe ich immer wieder im Gedächtnis ja und ja es ist jetzt nicht so mein Fable ich weiß ich weiß aber du hast ihn ja auch mit mit mir angeschaut er ist gut er ist einer der Besseren ja also ich bin jetzt nicht so der Kostümfilm Fanatiker ja okay also jeden gucke ich jetzt auch nicht nur Kostüme willen aber ich muss zugeben dass es mich normalerweise eher abschreckt aber es ist schade weil sich da halt immer wieder sehr gute Filme hinter verbergen die mir dann entgehen würden und das stimmt ja ist der ist gut kann man gucken kann man mit auf die Insel nehmen wenn ein Kostümfilm dann den so ja und man kann ihn auch nur leihen oder kaufen tja so wie die meisten meiner Filme ja dann bist du wieder dran ja wir springen äh mein letzter Film war ja aus dem Jahr ähm 1995 also 7 äh wir machen einen kleinen Sprung und zwar jetzt muss ich gucken dass ich nicht durcheinander komme nein ins Jahr 2000 und zwar stellvertretend für das bislang andauernde und immer noch fortwährende äh Lebenswerk eines Regisseurs dessen Filme wir glaube ich also ich zumindest ausnahmslos alle verehren die ähm also ich finde jeden seiner Filme absolut großartig du hattest mit dem letzten ein bisschen mehr Probleme mit dem letzten hatte ich Probleme ja mit dem letzten von ihm hattest du ein bisschen Probleme ähm die Rede ist natürlich von Christopher Nolan jetzt wollte ich noch raten ach so aber welcher Film 2000 Inception nein was ist Memento ach so stimmt ja Memento ist ja ich weiß dass es einer deiner Lieblingsfilme ist aber Memento ist ähm da würde ich eher Inception mit auf die Insel nehmen und ja der letzte Film war ein Kriegsfilm und ähm ich war ich weiß nicht wir haben glaube ich eh einen Podcast drüber gemacht genau und da habe ich ja auch schon gesagt dass ich das einfach finde ich eine Verschwendung seiner Talente ist einen Kriegsfilm zu machen aber ich ja naja aber gut ähm es geht ja nicht um um Dunkirk es geht um Memento und Memento ist hat mich damals in seiner Machart einfach komplett von den Socken gehauen also das ist mal ein Film den der so also ich kenne keinen Film der so ist und kannte vorher keinen und danach kam auch keiner mehr der einfach in seiner Erzählstruktur ähm so ungewöhnlich ist ähm ich hatte mal so eine Special Edition davon wo man den Film auch in der richtigen Reihenfolge gucken konnte da ist übrigens sterbenslangweilig krass und also so ein Protagonist Hauptdarsteller Guy Pearce die ähm Carrie Ann Moss spielt noch mit und Joe Pantoliano beide ja auch in der Matrix äh zu sehen der Guy Pearce spielt ja einen einen den Protagonisten mit mit Gedächtnisverlust oder mit mit der noch kurzzeitig neue Dinge speichern kann und ähm oder sich merken kann und genauso ist der Film erzählt rückwärts ja von aktuellen Ereignissen bis hin ähm ja so episodenhaft wie also wie es sich halt anfühlen muss wenn man nicht mehr weiß was man vor 10 Minuten getan hat und genauso fühlt sich der Film für mich an abgesehen davon ist er fantastisch gefilmt wahnsinnig Soundtrack genial gespielt und ja hat auch so einen philosophischen Ansatz einfach die also welche Dinge man halt vergisst oder vergessen kann oder oder Dinge die man halt von denen man glaubt und sagt sowas kann man nicht vergessen oder das werde ich nie in meinem Leben vergessen also so dieses ja dieser ja dieser philosophische diese philosophische Betrachtung des Themas erinnern und vergessen das macht den Film für mich aus und ja hat mich einfach komplett geflasht Memento ist für mich ein Film für die Ewigkeit na so den Eindruck hat er bei mir also er ist ein super Film aber den Eindruck hat er bei mir irgendwie nicht hinterlassen ich weiß auch nicht warum doch es gibt auch Zitate wieder ohne Ende und aber du darfst ihn auf jeden Fall mitnehmen ja wir müssen immer wieder gucken ja fährt man da auf ähm ja 2000 Memento Christopher Nolan äh ich sag's stellvertretend für sein Werk weil wie du schon sagst ist Inception ich hatte auch kurz ähm The Dark Knight Rises im äh nee The Dark Knight nicht Rises nicht Rises Dark Knight im Sinn irgendeinen von Christopher Nolan ähm Inception war tatsächlich kurz also ich finde ja also jetzt wo wir so drüber reden ich hab echt keinen Nolan Film auf meiner Insel hast du ja mich sehr gut ähm ja wobei ich ja Inception besser finde wie Memento ja darfst du ja auch besser finden ja aber ich hab ihn ich hab ihn nicht eingepackt aber es ist wieder so ein Film der also mit dem verbinde halt ich etwas ein ganz ganz bestimmtes Gefühl ja ich weiß noch dass ich den zweimal hintereinander geguckt hab äh nicht im Kino gesehen hab sondern zu Hause erst und ich einfach komplett von den Sachen war was das für ein geiler Film ist ja dann bist du wieder dran ja dann werde ich mal hier umblättern und zwar es ist ähm wahrscheinlich ich geh mal davon aus dass du den auch auf deiner Liste hast ähm weil das ist halt wirklich einer unserer absoluten Lieblingsfilme mhm Produktionsjahr ist 2009 und ähm ja auch hier wieder ein Cast das so einer gleichen sucht und zwar ist da äh der Chris Pine mit dabei ja ja weiß ich schon dann ist der Zachary Guinto mit dabei dann ist der Simon Peck mit dabei der Eric Banner Zoe Saldana Anton Yelchin der leider verstorben ist mhm und viele viele andere Regine JJ Abrams yes wir reden von der Reboot Master ja der aber wirklich und das ist ja also ohne den Film könnte ich nicht leben wirklich also ich muss das einfach so sagen weil ich glaube wir haben also ich allein habe schon so oft Star Trek angeschaut wir zusammen haben schon so oft Star Trek angeschaut und es ist wirklich wenn wenn jemand mal schauen möchte wie man es richtig macht wenn man etwas rebooten möchte äh egal was dann schaut euch das an und es ist geglückt ja ähm der die Rede ist natürlich von Star Trek 2009 Star Trek der Film ähm für mich oder für uns äh wir verbinden mit dem Film natürlich jetzt auch ähm so ein Stück weit unsere Beziehung ja einer der ersten Filme die wir getrennt voneinander aber zusammen geguckt haben ja aber du auf Blu-ray und ich auf DVD ja und irgendwie warst du dann immer schneller weil Blu-ray schneller abläuft ja ja so mit mit am Telefon und das war halt das war das war schön ja und einer unserer war das unser erstes Movie nein es war nicht unser erstes Movie aber einer unserer Movie Iron Man 3 war unser erster Kinofilm ja genau ähm für mich ist Star Trek das Reboot von J.J. Abrams der perfekte Unterhaltungsfilm ja ja das gepaart mit äh Science Fiction was bei mir sowieso immer gewinnt ja irgendwie schon bei mir auch hätte ich jetzt ähm hätte ich jetzt so nicht gedacht aber es ist sehr oft Science Fiction dabei Star Trek der erste ist für mich von vorne bis hinten perfekt ja also da gibt's äh das ist für mich so ein Fünf-Sterne-Film da könnt ihr uns jetzt steinigen aber ich ich finde da an dem Film wir haben den Film ich hab den mindestens ein Dutzend Mal schon gesehen ja und für mich wird der nicht langweilig das ist das der hat keine Längen nein der ist der ist vom Pacing her ist der perfekt der hat eine der hat eine tolle Spannungskurve der hat Wahnsinns Effekte ja auch mit Lens Flares ja aber es ist so schön äh die die Crew also der die Darsteller perfekte Chemie ähm das hätte nicht besser werden können ja vor allem halt gerade die Darsteller das ist halt dieses Casting ich mein äh jeder kennt die die Star Trek Filme die Serie und es zu schaffen ein Casting in diesen Film zu integrieren wo halt einfach ja wo halt wo du sagst da passt jeder weil es ist ja schon so oft bei Castings gewesen wo du gedacht hast oh ja ich weiß nicht also ich glaub also zum Beispiel Spider-Man das ist zum Beispiel eine Figur die ist ja schon rauf und runter gecastet worden und also ich mochte ja zum Beispiel Tobey Maguire aber das ist zum Beispiel einer der wo viele halt ein Problem haben und ja und da ist halt wirklich alles perfekt also jeder jeglich jeder und diese ganzen die ganzen Trackies die uns jetzt zuhören ja ich mag die alten Filme auch ja ich hab die auch wieso haben die ein Problem damit ja es gibt schon Leute die haben aber auch keine Ahnung naja doch du darfst die Trackies da jetzt nicht nicht verurteilen die haben halt einfach nee die sind halt mit den alten Filmen aufgewachsen ich nicht ich hab die erst ziemlich spät gesehen ich mag die auch aber nicht alle ich find manche davon sterbenslangweilig der erste zum Beispiel ist furchtbar langweilig ja mein Liebling Star Trek der alten Generation ist der Next Generation nee der sechste das ist der letzte mit der alten Crew das ist die das unentdeckte Land der ist fantastisch aber auch weil er eben den Sehgewohnheiten der Neuzeit eher entspricht als die alten ich mag die wirklich alle aber wenn man Star Trek in die Neuzeit transportiert in die 2000er dann macht man das so wie J.J. Abrams das gemacht hat das ist für mich das perfekte Reboot also mit sowas kriegst du halt die jungen Leute zu Star Trek und mit sowas hat er halt uns begeistert wobei wir also ich hab ja schon sorry ja wahnsinn ja bin fertig mit meiner Lobeshymne über Star Trek ja also ich mein ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Trekkie also mir gefällt jetzt nicht alles ähm ich hab glaub sehr sehr viel Next Generation gesehen ich hab die alten hab ich auch ein paar gesehen ich hab Deep Space Nine hab ich auch zu teilen gesehen aber für mich ist eigentlich der beste Captain immer noch Captain Picard also für mich ist das der Star Trek Captain überhaupt weil du damit aufgewachsen bist ja schon auch also kann man schon sagen und ja was heißt aufgewachsen ich glaub da war ich schon ein bisschen älter also aufgewachsen bin ich mit denen nicht aber das ist glaub die Serie wo ich die meisten Folgen also von den Star Trek Folgen also Serien die meisten Folgen gesehen hab ähm ich hab dann irgendwann mal aufgehört äh Voyager oder oder das alles andere aber egal auf jeden Fall ist das äh für mich Star Trek das macht Star Trek aus es hat einfach den Geist von Star Trek ja und ja er ist witzig er ist action geladen er ist modern er ist von den Effekten her einfach Wahnsinn ähm gute Story mit mit Zeitreisen auch da ich bin jemand der sich schnell an sowas stört hat mich in dem Fall nicht gestört haben sie haben sie gut gelöst ähm auch das Leonard Nimoy nochmal dabei also ich finde ihn perfekt ja ich finde ihn perfekt hast du den jetzt eigentlich auch auf deiner Liste natürlich hab ich den auf meiner Liste sehr gut also wenn Star Trek äh Star Trek Reboot nicht auf meiner Liste wäre dann würde was mit uns nicht stimmen ja ja natürlich ist er auf meiner Liste sehr gut ähm ja dann kommt ein Film den du also wir waren jetzt zuletzt du hast mich jetzt miteinander gebracht in Star Trek aber 2000 war Memento äh beginnt ins Jahr 2002 ein Film der auf meiner Liste drauf sein muss von dem du weißt dass er auf meiner Liste landen musste weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist der auch in aus meiner Sicht einfach auch das perfekte Drama ist ja also ein perfekt in allen Belangen in Bild Ton Schauspieler Musik alles perfekt ähm Regie ähm führte Sam Mendes ähm Hauptdarsteller Tom Hanks oh ja Paul Newman ja 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 Daniel Craig Jude Law ähm natürlich ist die Rede von Road to Petition den hab ich nicht den hab ich doch dann tatsächlich vergessen aber ich glaub weil wir eh schon äh uns die Woche unterhalten haben und ähm das da hast du auch eh schon erwähnt dass das einer deiner deswegen ist es ja nicht so schlimm dann passt es ja jetzt haben wir im Prinzip zwei über einen ja also Road to Petition ist ähm ist ähm also Sam Mendes hat noch viele gute Filme gemacht ähm American Beauty ähm ja wobei Road to Petition ist besser Road to Petition ist in meinen Augen der bessere Film er basiert das wissen vielleicht manche nicht auf auf einer Comicvorlage ähm ist unglaublich gut gefilmt und zwar von Conrad Conrad L. Hall ähm das ist wohl so ein so ein Kamera-Veteran der hat nichts mehr in der Neuzeit gemacht dass uns dass dass man dass man kennen würde aber der hat eine sehr sehr lange Hollywood-Karriere hinter sich ähm also das ist ein Veteran ja ähm und der hat halt zusammen mit Sam Mendes hier einfach äh unglaubliche Bilder geschaffen die man fast jedes einzelne Einrahmen und an die Wand hängen könnte das ist für mich ein eine das ist ja sowas schafft normalerweise Roger Deakins für mich ähm und der Conrad L. Hall hat das mit Road to Petition auch geschafft die Musik wieder wieder einmal von Thomas Newman dieser Soundtrack ist einfach zum Niederknien gut ja der ist so wunderschön ähm den den kann man sich immer und immer wieder angucken ähm ja äh manche haben sich so ein bisschen an Tom Hanks gestört als äh naja als Auftragskiller sozusagen aber ich fand ihn gut in dieser Rolle und Paul Newman ja ist sowieso eine Schauspiellegende und die beiden zusammen auf der Leinwand noch dazu in naja es ist so ein vom 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 Setting her ist es so ein bisschen Film-Noir-mäßig äh angehaucht also spielst du in den 50ern ähm früher 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 ja weil das sind ja da geht es ja auch um Prohibition also im weitesten Sinne also es wird jetzt nicht aber ich weiß nicht welches Jahr oder so spielt es ja ich glaube in den 30ern 30er so war ja ist für mich einer meiner absoluten All-Time-Favorites das wäre auch mit in meinem Top 5 wahrscheinlich ähm 2002 1931 1931 bin jetzt komplett falsch gelegen sieh mal an bin doch mit Tommy Guns rumgeschossen ja Roadtube Edition es ist halt letztendlich ist es auch ein Kostümfilm äh ja wenn man so will letztendlich sind alle Filme jetzt nicht das was ich jetzt als Kostümfilm ähm betrachten würde aber ja das ist auch ein Film der für mich perfekt ist perfekt in allem was er tut er ist nicht zu lang er ist nicht zu kurz die Schauspieler sind perfekt die Musik ist Wahnsinn die Einstellungen Kamera Licht ja könnte ich immer und immer wieder gucken bis in alle Ewigkeit Roadtube Edition das stimmt ist bei mir ganz ganz weit oben gut dass du ihn aufgeschrieben hast wenn es um um Filme für eine Insel geht ja als wir dann äh vorhin so zusammen saßen also getrennt zusammen saßen ja und äh du hast ja den Vorteil gehabt äh dadurch dass du ja das Filmregal abgestaubt hast während ich das Bad geputzt habe musste ich natürlich dann auch noch mal äh über unsere Sammlung drüber schauen und äh irgendwie bin ich dann auf unsere von einer Filmreihe sehr sehr große Sammlung gestoßen und ähm ich sag's jetzt einfach mal also unsere Marvel Sammlung und irgendwie hab ich mir gedacht also ohne einen Marvel Film auf einer Insel das geht nicht und ähm jetzt ist halt die Frage welches ist mein Abschluss ich weiß welcher dann das weißt du welchen ich weiß welchen du mitfimmst okay und darf ich schon mal aufschreiben darfst du schon mal aufschreiben ja genau es ist nämlich der dritte Teil von Thor Thor Ragnarok wann ist der erschienen von 2017 2017 es ist tatsächlich der neueste Filmgang ja und der Regie hat geführt der fabelhafte Taika Waititi ja und äh mit dabei ist Chris Hemsworth Tom Hiddleston Kate schon wieder Kate Blanchett ja Mark Ruffalo Idris Elba Jeff Goldblum und so weiter und so fort und für mich ist das halt einfach in dem Sinne halt mein Lieblings Marvel weil das Setting ist tierisch geil also von den Farben ist es geil von den Kostümen ist es geil es ist unglaublich witzig es ist so unglaublich witzig und man braucht ab und zu halt einfach mal was zum Lachen und für mich ist das halt ja also ich finde das Thor Ragnarok ist eigentlich eine Komödie ja ist auch eine Komödie also mit vielen guten Actionsequenzen also das ist das hat auch vielen Marvel Fans oder manchen Marvel Fans aufgestoßen dass es eben so ja so slapstick-artig humorvoll ist aber es ist genau mein Humor ja ich fand es fantastisch es hat gepasst und es war halt auch eine sehr sehr willkommene Abwechslung in diesem Marvel Universum vor allem in dem Thor Universum ja eine Bereicherung ja klar unterschreibe ich sofort ist wenn man einen wenn man einen Marvel Film mit auf einer einsamen Insel nehmen möchte ist man mit Thor Ragnarok also aus unserer Sicht sehr gut beraten natürlich gibt es da die ein oder anderen Präferenzen da draußen ja ich meine klar Guardians of the Galaxy das ist halt auch das ist auch einer meiner Lieblings Marvel und natürlich sind auch wenn man jetzt die ganzen ja Captain America oder auch die Avengers dann aber wenn die einzelnen Filme dann ist es also Thor Ragnarok und ja wenn ich den in die falsche ins falsche Regal greifen würde dann wobei würde ich ja nicht weil die sind ja alle so schön sortiert aber dann wäre es wahrscheinlich Guardians aber nein Thor Ragnarok ist halt einfach mein Lieblings Marvel Punkt hast du den auch auf der Liste nein ich habe ich habe auch einen Marvel Film den ich mit auf eine Insel nehmen würde aber es ist nicht Thor Ragnarok okay also den darfst du mitnehmen den gucke ich auch mit sehr schön und den kann man schauen bei Sky Go Flat steht ach okay und den Star Trek was wir vorhin nicht erwähnt haben den kannst du tatsächlich streamen auf Netflix und Prime genau stimmt ja dann kommen wir vom Jahr 2002 von Road to Audition ins Jahr 2004 und da ist jetzt ein Film der wahrscheinlich manchen von euch gar nichts sagen wird ein kleiner Film Indie Film der für mich damals in der Zeit ein Gefühl repräsentiert hat das kann ich nicht in Worte fassen der hat es gibt einfach Filme die kommen zur rechten Zeit am rechten Ort und die siehst du und die packen dich die machen irgendwas mit dir das kannst du niemandem erklären 10 Leute gucken den Film 9 davon bleiben absolut unberührt aber für dich ist es der Film und du kannst ihn immer wieder gucken ich weiß welcher 2004 Regie führt jemand der noch nicht so wahnsinnig oft Regie geführt hat das ist sogar sein Erstling den kennt man eigentlich eher aus einer Comedy Serie die Rede ist von Zach Braff und dann war ich natürlich auch schon im Film Garden State ist Garden State Garden State hat mich damals einfach total abgeholt weil ich ihn extrem liebenswert fand charmant berührend und was mich einfach komplett geflasht hat ist wie tiefsinnig und wie weise jemand in dem Alter von Zach Braff sein kann um so einen Film zu machen also da ist da ist so viel Magie in diesem Film und so viel zwischenmenschliches spielt ja Natalie Portman die sowieso immer anbetungswürdig ist Ian Holm spielt in der Nebenrolle und er hat es halt echt Peter Sarsgaard er hat es halt echt geschafft mit seinem Erstling und das merkt man das ist ein Ding das er geschrieben hat er führt Regie das sind so Herzblutprojekte immer das spürt man in jeder Sekunde dieses Films ich mag den einfach komplett ich muss den nochmal sehen weil ich weiß auch also so im Hintertürchen dann gucken wir heute Abend okay dann gucken wir heute Abend im Hintertürchen meines Hirns weiß ich noch dass der gut war aber er hat jetzt da hat jetzt ein anderer Film von ihm den Wish You Were Here oder ja Wish You Were Here genau da hat der der hat mehr mit mir gemacht in dem Moment wo ich ihn geschaut habe weil ich habe noch kurz überlegt ob er auf meine Liste soll ich habe ihn dann nicht geschrieben weil das was er mit einem macht ist halt schon wieder für mich so traurig dass ich ihn nicht weiß ich nicht ob ich ihn nochmal gucken möchte weil also der hat mich wirklich also bis ins Mark hat er mich so berührt ja weil das Thema halt einfach dich berührt hat ja deswegen sag ja das ist für manche vielleicht nicht und der ist Wahnsinn ja das ist toll er ist einfach ein Wahnsinns also Darsteller und Regisseur und ich würde ja er sollte irgendwann mal einen Oscar kriegen finde ich ja ich mag den also Garden State halt einfach deswegen weil es mich so das war auch so naja im Grunde ist es ja so ein er spielt ja mit 30 also er spielt ja im Grunde sich selbst der der halt in einer Phase seines Lebens angekommen ist wo er nicht so recht weiß wohin mit sich selbst und das ist ein Gefühl das ich zu der Zeit damals einfach sehr gut nachvollziehen konnte aus welchen Gründen auch immer und ja das ist so eine Art Selbstfindungstrip dieser Film ja und er ist er ist wunderschön er ist wunderschön es ist kein großer wichtiger Film aber er ist einfach es ist für mich so ein Kleinwut der mit auf eine Insel muss Segbrev Kudos ja du hast geschafft du du fliegst mit mir auf eine kleine Insel 2004 Garden State wer den Film noch nicht kennt leider nicht kostenlos irgendwo zu gucken digital zu leihen und zu kaufen gibt es den sowieso oder halt am besten man kauft den sich und stellt den Instagram genau Garden State auf jeden Fall so mein nächster Film ist ja auch hier wieder weil ich bin ja ein wer es weiß ich bin ein riesen Disney Fan und ich bin natürlich auch ein riesen Pixar Fan jetzt war halt die Überlegung welcher Film also sie gefallen mir alle also außer so Sachen wie Cars oder Planes oder so aber da brauchen wir jetzt da bin ich jetzt einfach glaube ich nicht die Zielgruppe aber ich bin mit Disney auch groß geworden also wirklich groß geworden mein allererster Kinofilm war Bambi und das weiß ich sogar noch und ja die Filme werden immer einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben haben und ich hab halt dann überlegt welcher Film hat jetzt mehrmals hintereinander immer dasselbe mit mir gemacht also weil er mich einfach begeistert hat und berührt hat und weil er einfach so wunderschön ist und auch wunderschön gefilmt und auch auch hier wieder das Setting passt zum Beispiel auch perfekt zu einer Insel da weiß man dann gar nicht ob man jetzt gerade in den Bildschirm guckt oder hinter sich weißt du schon welchen ich meine ähm ist ein Pixar Film oder nein ist ein Disney Film ist ein Disney Film ja nein ah ok auch hier wieder eine eine ich was man eigentlich wenn man so mal die ganzen Disney Filme so anschaut es sind ja meistens immer Frauen die die Heldin sind und das ist wirklich auch hier wieder eine eine Heldin die ja einfach dem inneren Ruf folgt und er ist aber relativ neu er ist relativ neu er ist von 2016 den du erst nicht gucken wolltest den ich erst nicht gucken wollte genau den habe ich nämlich nicht im Kino gesehen was mich heute immer noch ärgert weil den habe ich mit meiner Tochter gesehen den hast du dann genau mit mir angeschaut und ja dann weiß ich schon weißt du schon welchen das war Jana war Jana ja also das ist halt wirklich also der ist aber auch toll also war Jana einer meiner Lieblingsfilme von Disney 2016 2016 und ja weil also die Bilder also auch wie die Animationen halt auch allein wie sie das Wasser gemacht haben wie sie das Meer gemacht haben und dann halt auch die Musik die Musik ist der Wahnsinn Dwayne The Rock Johnson spielt mit das ist dann der der Halbgott ja und ja auch hier die Geschichte einfach weil sie soll ja wieder irgendwas sein was sie nicht möchte und klassisch klassisch ja und sie kämpft halt dann dafür und wie sie halt dann kämpft also wirklich das ist also und auch hier Gänsehaut ohne Ende und es ist einfach auch eine inspirierende Geschichte ja ist einfach ich finde es halt erstaunlich ich meine es ist eigentlich ein Coming of Age Disney gibt es gibt es so so lange Disney gibt es so so lange dass die halt immer noch in der Lage sind sowas sowas Faszinierendes rauszuhauen im Moment sind sie ja eher so auf der 3D Animations Remake Schiene da bin ich auch noch gespannt was uns die Zukunft bescheren wird ja König der Löwen und Aladdin steht ja an wo wir noch nicht geschaut haben wo wir nicht wo ich jetzt auch nicht im Kino sehen will muss ich ehrlich sagen auch nicht mal König der Löwen ne ne das vielleicht gut ich bin jetzt auch nicht so der König der Löwen also es gibt ja Leute für die es wäre jetzt König der Löwen zum Beispiel der Disney ja ich weiß aber oder oder Aladdin oder ja Aladdin ist auch toll aber jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen nicht auf meiner Liste nein aber wenn es einen Disney Film gibt den ich auf eine einsame Insel mitnehmen müsste einen klassischen Disney Zeichendrickfilm dann weißt du schon welchen oder achso ja der ein Königreich für Lama dann wäre das ein Königreich für Lama der hatte ich schon im Kopf den mit aufzuschreiben das ist das ist für mich so der ist vollkommen untypisch Disney und deswegen mochte ich den auf eine synchronen Stimme von Wird er gesungen? ne 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 der wird überhaupt nicht gesungen genau deswegen da kommt ein Song vor ja ne ne wird nicht gesungen ne ja und das ist halt auch wieder das zum Beispiel ähm ich finde König der Löwen ist eine tolle Geschichte aber es ist tatsächlich der Soundtrack was mich so ein bisschen ja nicht so begeistert also das Hakuna Matata ich finde das Lied furchtbar da gibt es viel viel bessere Sachen also äh ich keine Ahnung also hat mir deswegen ist König der Löwen auch nicht für mich der Disney Film und ich würde auch in 100 Jahren nicht dieses Musical anschauen also egal auch wenn ich jetzt da wirst du jetzt einigen auf die Füße tritt ja wahrscheinlich sorry äh aber für mich ist also keine Ahnung ich bin da kein König also ich mag ihn schon aber die Musik ja ich bin ja auch als meine Liebe zu Disney ähm hab ich ja auch erst viel viel später entdeckt also als Kind hab ich eigentlich kaum diese diese ganzen Disney Klassiker gesehen ähm erst so äh mit meinen Kindern viele nachgeholt äh jetzt seit wir uns kennen auch wieder ein paar Schöne und das Bies zum Beispiel hab ich erst gesehen als wir beide äh zusammen waren krass krass ähm auch so meine Aversie und Abneigung gegen Filme in denen gesungen wird stimmt ist ja kein Musical die ist ähm ja die hat sich ein bisschen abgemildert ich mag äh viele Disney Songs mittlerweile auch so gerne dass ich sie so hören kann also ich bin da etwas milder geworden und ich mag da mittlerweile auch ganz gerne aber trotzdem wenn es um 2D Animation geht ist für mich Königreich äh für einen Lama einfach weil er einfach so und Disney mäßig ist einfach wahnsinnig witzig weil er auch nicht gesungen ähm einfach so unglaublich witzig äh ich könnte jetzt mal ja ja er ist ja auch witzig er ist wirklich witzig Pulli hab ich äh die deutsche Synco besser als Original ist besser als Original ich hab schon mal auf Englisch geguckt nicht so gut okay ja das ist halt auch wieder das ähm ich bin mit äh ich hab auch viele Soundtracks hab ich doch tatsächlich von den ganzen Disney also zum Beispiel Aladdin hatte ich als äh Soundtrack CD äh die hab ich meinen Gott hab ich die oft äh zum Einschlafen angehört und ähm ja das ist also Disney ist für mich einfach ist gehört zu meinem Leben und ähm es ist nicht jeder gut also zum Beispiel wen ich auch nicht mag ist die Eiskönigin da hab ich keinen Zugang ja und Vajana kam ja nach der Eiskönigin und es ist für mich ich weiß nicht also ich hatte es überhaupt nicht angesprochen ich finde es schade ähm wie gesagt dass ich mich in die Kino gesehen habe und jetzt liebe ich ihn heiß und ähnlich genau aber es ist schon ein modernerer ne ja auf jeden Fall ja wenn wenn es um um 3D-Animation geht ähm dann ist für mich eigentlich halt eine andere Firma stellvertretend also Disney Pixar sind ja mittlerweile eins ja deswegen hab ich aufgrund also ja ja aber ich kann's also du hast einen 3D-Animation Film gewählt der halt für Disney ist weil für mich gehört das zusammen ja Disney und Pixar gehört für mich zusammen mittlerweile natürlich mittlerweile ja aber wenn ich dran denke das ist es gibt so viele unglaublich viele gute Pixar-Filme und ja ich hab ähm egal ich hab eher einen dabei sehr gut auf der Insel erzähl damit ihr nicht langweilig wird nein ähm es führt kein Weg an Pixar vorbei aus meiner Sicht Disney Pixar bla egal ähm Pixar hat damals mit Toy Story äh den ersten vollkommen 3D 3D-Animationsfilm auf die Leinwand gebraucht den ich auch im Kino gesehen habe der mich auch nachhaltig beeindruckt hat aber als ich halt drüber nachgedacht habe welcher Pixar-Film mir tatsächlich am besten gefällt und es gibt fantastische Filme von Pixar es gibt wie du schon sagst mit Ausnahme von Cars oder Planes äh wenige die mir nicht es gibt die mir weniger gut gefallen das ist das Schlimmste was ich über den Pixar-Film sagen kann ist er gefällt mir weniger gut ja aber er ist immer noch gut ja ähm aber einer der mich mal wieder vom Setting her begeistert der ein ganz ganz tolles Thema hat der mit unglaublich wenig Dialogen auskommt ähm ähm und einfach von vorne bis hinten Zucker ist ist Wally ich wollte jetzt raten du wolltest jetzt raten aber du wusstest es eh schon oder ja zuerst also wo du äh mit Setting habe ich eigentlich erst an Coco gedacht und dann hast du gesagt dass nicht viel gesprochen wird und dann war klar dass das Wally ist und ähm ja es ist es ist also wie man sie alle nennt sie sind einfach alle fantastisch du könntest im Grunde kannst du fast fast jeden mit ja also man könnte ja schummeln und dann ähm es gibt ja auch diese komplette Pixar-Collection-Box ja genau und ähm die nimmt man einfach mit und die zählt dann als eins dann hätten wir eigentlich alle zusammen und ähm dann wäre eigentlich Friede und ähm ja also ja Wally ist ist von von 2008 Regie führt Andrew Stanton ähm Musik Thomas Newman ja Thomas Newman ähm der taucht ein paar Mal auf in meiner Liste hat viel Einfluss darauf ob mir ein Film gefällt oder nicht offensichtlich ich mag Wally einfach unglaublich gern das ist ein ganz ganz herzerwärmender Film der halt auch noch eine Botschaft hat die jetzt nicht so alltäglich ist ja da geht es halt nicht nur um Freundschaft und so und Liebe und Familie sondern es geht halt auch um Umwelt und ja also es ist es ist ja für mich ist es ein einer von vielen guten aber halt der steht so für das was Pixar geschaffen hat ja ich man könnte jetzt auch ähm ich kann man könnte auch Coco mitnehmen man könnte auch ähm alle Stehkopf mitnehmen man könnte Ratatouille mitnehmen oben man könnte oben mitnehmen man könnte Nemo mitnehmen man könnte alles also alle Nemos Pixar hat liefert eigentlich immer man könnte Toy Story 1,2,3 mitnehmen äh vierte kommt jetzt ins Kino oder läuft gerade es ist die liefern halt ja die liefern konstant Familienunterhaltung und unglaublich auf einem sehr sehr hohen Niveau und deswegen ähm nehme ich Wally mit auf die Insel okay dann ist dein letzter mein letzter Film genau und da hatte ich ja noch gefragt kannst du jetzt vielleicht eh schon denken ob man denn auch so abgeschlossene Filmreihen nehmen dürfte und ähm für mich ist einfach weil ich das Buch sehr 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 liebe ich hab's tatsächlich fast zweimal hintereinander gelesen ähm das erste Mal dann fehlte mir irgendwie der Anfang oder das das Vorbuch dann hab ich das Vorbuch gelesen dann hab ich's nochmal gelesen und ähm als das damals dann in die Kinos kam für mich war das wirklich das ist einer der Filme äh die ich sehr 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 oft im Kino gesehen hab und wirklich alle von alle drei von denen also ähm und kannst dir ja denken hast du schon gespiegelt gell? nee ich hab's schon aufgeschrieben das war schon aufgeschrieben Herr der Ringe ja genau Herr der Ringe und zwar ähm alle drei natürlich weil die kannst du halt nur in einem schauen also und ähm ja für mich ist das halt einfach ähm Fantasy in höchster Perfektion 2001 bis 2003 genau hat er sie alle drei geliefert der Peter Jackson und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein dass er das gemacht hat weil ähm ich glaub besser an eine Buchvorlage kannst du gar nicht mehr kommen auch wenn ich damals wirklich ich war wirklich skeptisch und ich hab das Buch ja auswendig gekonnt und äh oder kann's ja immer noch und ähm oder auch nicht keine Ahnung ist ja wurscht ähm ja und da waren natürlich auch ein paar Sequenzen dabei wo ich gedacht hab das ist ja gar nicht ein Buch und quack 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 was mich aber nicht stört also im Nachhinein ich hab da meinen Frieden auch damit geschlossen weil es halt einfach in sich stimmig ist und ähm es ist für mich einer der besten Trilogien Filme Trilogien Filme Fantasy Filme einer der besten Romanen Verfilmungen Bam 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 und so weiter und so fort also du da kann das ist wirklich eins der obersten Treppchen überhaupt in der Filmgeschichte kann ich so unterschreiben also ich hab ja auch mit mit diesen drei Jahren 2001 2002 2003 verbinden mich ja immer Ereignisse auch weil ich natürlich wie jeder andere auch da hingefiebert habe wir haben ähm sehr guten Freunden auch immer die Premiere besucht in äh in Regensburg im äh Sita Cinemax Cinemax ja das das furchtbare Kino äh ja ja mittlerweile furchtbar damals und zwar war das halt so ein Event also richtig mit 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 Mittelalter kostümiert sind wir da hingegangen natürlich da spielte eine mittelalterliche Band cool und das haben wir halt jedes Jahr gemacht auch traditionell war dass wir das war immer Weihnachten rum Dezember dass mein damaliger Chef auch großer Fan von Herr der Ringe quasi im Zuge der Firmenweihnachtsfeier quasi alle ins Kino eingeladen hat und wir uns Herr der Ringe angeguckt haben und zwar drei Jahre hintereinander das ist cool und somit habe ich halt immer zwei Ereignisse mit jedem dieser Filme verbunden und natürlich werde ich auch nie niemals die Vorfreude vergessen die der erste Trailer bei mir ausgelöst hat und mir dachte oh mein Gott wie geil ist das denn und er hat geliefert Peter Jackson hat geliefert hat ein Monument geschaffen für die Nachwelt ja dass er auch selbst zu übertreffen nicht in der Lage war muss man dazu sagen also das was danach kam ist haben wir zwar unseren Frieden mitgeschlossen mittlerweile aber reicht halt nicht an Herr der Ringe das ist halt einfach nicht so ja darfst du mitnehmen ich gestatte dir auch die Trilogie wie du schon sagst eigentlich ist es ja ein Film eigentlich ist es ja ein gigantischer neun Stunden lang ein Film ja ja bitte wenn ihr das also es gibt tatsächlich Menschen da draußen die haben der Herr der Ringe noch nicht gesehen einfach aufgrund der Thematik weil Fantasy scheiße ähm tut mir einen Gefallen also bevor ihr dann ins Gras beißt schaut euch trotzdem Herr der Ringe an und wenn dann bitte in der längeren Fassung schaut euch nicht die Kinofassung an weil ähm es macht einfach Sinn dass die nochmal rausgekommen sind und ja er hat nochmal dran verdient wahrscheinlich ist ja wurscht egal Hauptsache zum Glück gibt es die ähm die Extended Versions ja die Extended Versions und ähm nochmal als random Fun Fact das ist jetzt der dritte Film mit der Cate Blanchett ach schon wieder Cate Blanchett natürlich und ähm Skaladrill ja genau ja und den gibt es nur zum Leinen und zu kaufen aber wisst ihr was kauf den einfach genau ja wieso dann bin ich durch dann bist du durch ich hab noch einen Film und das ist gleichzeitig auch der neueste und ich hab's ja schon angekündigt dass ich auch einen Marvel Film mit auf die Insel nehmen würde okay dann kann ich mehr denken ja die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und ich hab mir halt so gedacht okay was repräsentiert jetzt kumuliert quasi dieses Marvel Universum und da ist es halt also ich mag natürlich Thor Ragnarok fantastisch ich mag auch Guardians of the Galaxy ich hätte Einzelfilme quasi für einzelne Helden auch die ich unglaublich schätze aber 2012 hat es ein Mann halt geschafft eine Phase zu einem fulminanten Abschluss zu bringen die sich halt über Jahre aufgebaut hat und das war das erste der erste Film halt dieser Art der der so jetzt mittlerweile halt auch Fortsetzungen gefunden hat aber damals halt Novum war vorbereitet über Jahre vom ersten Iron Man über jeder Held seinen einzelnen Film bekommen und dann kam 2012 Joss Whedon und hat die Avengers gemacht ich hab noch kurz gedacht hä 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 jetzt hat es dann wirklich so gerattert in meinem Hirn ja ja und jetzt kann man natürlich vom mag zum Beispiel Endgame der auffüllendere und bessere Film sein wie auch immer man das jetzt sehen mag ich dachte echt du machst es jetzt so wie ich mit Herr der Ringe dass du halt Infinity War und Endgame halt zusammen ne 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 das ich finde auch das ist das ist also natürlich ist das ein fulminanter Abschluss einer eines filmischen einer filmischen Ära aber für mich ist Avengers dieser Höhepunkt zwischendrin quasi den Joss Whedon da gesetzt hat der hat wie kein anderer wirklich verstanden hat diese ja diese vielen Figuren auf die Leinwand zusammenzubringen und funktionieren zu lassen als Team der hat unglaublich geile Avengers Momente drin und dafür liebe ich ihn dafür wird er immer einen ganz speziellen Platz in meinen Herzen haben wie gesagt es gibt zig andere die ich mindestens genauso gerne mag aber für mich ist das die Essenz des Marvel Universums ist der erste Avengers und wenn ich nur einen davon mitnehmen dürfte müsste dann wäre es halt der weil ja alle meine Helden vereint sind ja es ist schon toll ja jetzt haben wir es tatsächlich geschafft sind durch schau es hat wir hatten eine zwei Doppelungen das heißt es sind nur 18 Filme geworden nicht 20 die wir auf eine Insel nehmen würden wenn wir laden euch natürlich ganz herzlich dazu ein das wäre super in den Kommentaren dieser Episode reinzuschreiben welche Filme ihr vielleicht mitnehmen würdet ob ihr mit unserer Liste konform geht und sagt ja die würde ich auch mitnehmen oder sagt um Gottes will was wirst ihr denn mit diesem Film auf der Insel ich nehme an dass man sicher über die ein oder andere Entscheidung kontrovers diskutieren könnte wenn man wollte aber es ist ja unser Podcast wir dürfen mitnehmen was wir wollen genau nein aber ich fände es jetzt cool wenn jeder seine Top Ten irgendwie wenn er Bock hat geht mal in euch und schreibt sie drunter und ja vielleicht ist da der ein oder andere weil ich ich könnte wetten ich habe x Filme auch noch vergessen während ich zum Beispiel das aufgeschrieben habe da war ich schon an die 10 und dann dachte ich so mein Gott aber Arrival ist doch auch einer meiner wir haben ja zum Beispiel den Denis Villeneuve haben wir ja gar nicht mit dabei der kommt noch der kommt im nächsten Jubiläum genau da machen wir dann was machen wir denn 10 Filme für den Keller oder keine Ahnung mal schauen auf jeden Fall das wäre cool wenn ihr das machen würdet da würde ich mich riesig freuen also prinzipiell habe ich mich sowieso fand ich das eine super Idee von dir und ich habe mich sowieso riesig auf die Episode gefreut weil es einfach was anderes ist ja vor allem habt ihr jetzt auch mal also für alle die uns vielleicht nicht so gut kennen einfach mal einen Einblick bekommen in die Filme die halt definitiv in unserem Olymp rangieren weil sonst würden wir die nicht mit auf eine Insel nehmen und dann wisst ihr halt jetzt auch wie wir ticken voll schräg sofern ja nicht schon durch die Filme die wir bislang besprochen haben habt ihr ja eh schon einen guten Einblick bekommen was uns gefällt und was nicht aber das sind so die Filme die ja die uns begleitet haben und die wir mitnehmen würden wie gesagt ist kein Anspruch auf Vollständigkeit keine Rangliste einfach Filme die wir von aus dem Bauch raus mitnehmen würden weil uns die nicht langweilig werden und wir die immer wieder gucken können ja absolut haben wir denn einen ja endlich fragst du Ausblick ja ja Spider-Man Far Far Home From Home Far From Home wann kommt der Far From Home der kommt nächste Woche nächste Woche ja werden wir definitiv gucken ein Tag vor meinem Geburtstag stimmt ja den werden wir definitiv gucken ja ja nächste Marvel mal wieder haha und der Abschluss des Cinematic Universe nee der Phase meh der geht schon nur weiter ok also Entschuldigung scheiße Recherchiert Phase Phase 4 Phase 3 ich weiß nicht mehr in welcher Phase irgendeiner also Abschluss einer bestimmten Phase irgendwas ist Phase phasenreich ja gucken wir ja das wird auf einen kurzen ausblick da müssen wir gar nicht lang rätseln nein also weil endlich haben wir mal wieder einen Grund ins Kino zu gehen ja wir waren schon noch nicht mehr wir waren schon lange nicht mehr also ich habe gehört der Aladdin soll ja ganz ganz toll sein aber naja den gucken wir jetzt nicht mehr im Kino jetzt schauen wir den Spider-Man auf jeden Fall darf ich noch eine Serienempfehlung geben ja ja darf ich ich weiß es gibt viele die wir geguckt haben jetzt in der Zwischenzeit aber ich möchte eine die mir ganz ganz am Herzen liegt weil sie wahrscheinlich vollkommen unter eurem Radar läuft die ah ja 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 die ich mag sie ich glaube jedes Mal wenn es kommt jeden Dienstagabend kommt eine Doppelfolge momentan auf Sky Ticket zu sehen ähm und jedes Mal jedes Mal sagst du dann wie sehr ich diese Serie mag weil nein es ist tatsächlich so eine Lücke füllt ja zwischen irgendwie schwerem Drama und irgendwie total schräger Comedy oder sonst irgendwas es ist so eine Wohlfühlserie mit der richtigen Portion Humor mit der richtigen Portion Drama und einem und einer Portion Action ja ähm mit einem unglaublich sympathischen Hauptdarsteller der sowieso einen Stein bei mir ein Brett hat die Rede ist von Nathan Fillion und die Rede ist von The Rookie ja also es macht wirklich Spaß es ist eine unglaublich tolle Serie die ich die mir sofort ans Herz gewachsen ist die macht nichts besonders herausragend das muss man wirklich mal sagen die ist das ist eine Polizeiserie ähm aber die Figuren sind gut geschrieben Nathan Fillion spielt seine Rolle als ältester Rookie aller Zeiten äh einfach einfach sehr sehr gut auch wie wie halt so in seiner Art einfach mit dieser mit diesem ja mit dieser Portion Humor ist er ist gut in dem was er macht und ich man kauft ihm die Rolle ab und äh ist eine tolle Serie es hat ein schönes angenehmes Tempo wird nicht langweilig und das ein oder andere sozial kritische Thema wird auch angeschnitten also stimmt einem hin und wieder auch mal nachdenklich hat aber auch genügend Lacher und Schmunzler drin ähm ja großartig ist so ähm wenn vom Gefühl her ich hab's dir schon mal gesagt äh besetzt das so für mich so diese Haus Schiene nur vom Gefühl ist natürlich eine ganz andere Thematik aber Haus äh also Dr. Haus äh hat für mich so dieses ne nicht so schwer ja die Mischung aus Comedy und Drama einfach das besetzt jetzt für mich äh Rookie ähm deswegen für mich eine ganz dicke Serienempfehlung für euch äh wenn ihr Bock auf sowas habt ja schaut's euch an das ist eine sehr leichtfüßige sehr unterhaltsame Serie ja guckt's euch an auf jeden Fall nun denn dann äh verabschieden wir uns von euch geben das Wort an euch wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet ja wir haben ja ähm schon aufgerufen äh zu kommentieren ja dann äh dürft ihr natürlich zuallererst von ähm euren Freunden von uns erzählen uns auf Twitter Facebook YouTube oder Instagram folgen ähm wie gesagt diese Folge kommentieren schreibt uns rein äh welche Filme ihr mit auf eine Insel nehmen würdet mhm oder schreibt uns eine Nachricht wo dasselbe drin steht oder wie toll ihr uns findet ja genau oder uns äh könnt uns auf iTunes oder Panoptikum.io bewerten uns via Flatter unterstützen über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen oder uns anderweitig eine Sachen Geldspende zukommen lassen alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de irgendwie steht immer noch kein Koffer vor der Haustür was mit brennender Scheiße was nein mit einer Sache oder Geldspende ach so aber nicht brennende Scheiße wie kommst du jetzt auf brennende Scheiße wir wollen auch keine Schlüpper Nein Schlüpper sind verboten ja getragene Herren Schlüpper nein will ich auch nicht ich will Geld nein bleibt uns gewogen bleibt uns treu uns freut es am meisten wenn ihr uns hört genau und wie gesagt uns würde es auch freuen wenn uns eure Nein ihr müsst uns gar nicht unterstützen das habe ich ja schon wieder unterbrechen unsere jetzt habe ich das weiß ich selber nicht mehr es würde es reichen wenn ihr uns kommentiert und uns eure Filme für eine einzelne Insel schickt da würden wir uns über freuen und dann hören wir uns vermutlich nächste Woche gleich wieder wenn wir uns Spider-Man Far From Home anschauen ja dann macht es gut bis bald bis bald und Tschüss bis bald 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 Vielen Dank.